Vertief euch nur in mein Wort, so ihr schwach werdet im Glauben und in der Liebe, und sichtlich werdet ihr Stärkung erfahren, weil euch durch mein Wort die Kraft direkt von mir zugeht. Der kraftlose Zustand, der Zustand der Unduldsamkeit, der Kleingläubigkeit, ist immer ein Zeichen von Willensschwäche, er ist ein Zeichen, dass sich mein Gegner wieder große Mühe gibt, euch abwendig zu machen von mir, und ihr widersteht ihm nicht, weil ihr zu schwach seid, und lasst euch von ihm aufreizen, zu unruhigen Gedanken, zum Zweifeln und auch zu liebloser Handlungen, wenn ihr ihm nicht den Widerstand entgegensetzt, der euch frei macht von ihm, wenn ihr ihm nicht mein Wort entgegenhaltet, dass er nicht hören kann und darum flieht. Denn mein Wort ist Kraft, mein Wort gibt euch die euch fehlende Kraft, und verdrängt ihn auch aus eurer Nähe, weil mein Gegner mich flieht, der ich euch im Wort gegenwärtig bin. Was habt ihr also zu fürchten, so ihr im Besitz meines Wortes seid und euch hinein versenkt in jede geistige und irdische Not? Ob ihr mich im Gebet anruft, ob ihr mich zu euch reden lässt im Wort, immer verlangt ihr dann nach meiner Gegenwart, und es wird euch geholfen. Ihr habt wahrlich nicht nötig, kleingläubig, verdrossen oder betrickt zu sein, die ihr euch durch mein Wort alles abschütteln könnt, was euch quält. Denn es ist Kraftlosigkeit und Willensschwäche, die euch herabziehen, die ihr aber jede Zeit beheben könnt, wenn ihr es selbst wollt. Denn mein Wort ist die Antwort auf alles, was euch bewegt, mein Wort ist Trost und Zuspruch, Mahnung und Warnung zugleich, und es wird euch stets das geben, was ihr benötigt in Seelennot. Mein Gegner wird noch oft an euch herantreten, weil er das Licht hasst, das von euch ausstrahlt, weil er alles versucht, um euch an der Ausstrahlung des Lichtes, das euch von oben zugeht, zu hindern. Er weiß es, dass er durch eure Wirken an Macht verliert, er weiß es, dass ihr ihm Seelen abwendig macht, und er scheut daher vor nichts zurück, um euch zu Fall zu bringen. Wisst, dass jede ungeduldige Herzensregung, jede Unmut, jedes Versagen auf geistigem Gebiet von ihm geschürt wird, dass sie gewissermaßen von ihm veranlasst sind, wozu er sich wieder eure Mitmenschen bedient, und dass er nur darauf wartet, dass ihr auf sein Gegenwirken reagiert, um dann euch die Möglichkeit zu nehmen, zu arbeiten für mich und mein Reich, und dann triumphiert er. Lasst ihm nicht diesen Triumph, sondern flüchtet euch zu meinem Wort, dass immer die Gegenkraft ist seines Wirkens, und dass ihn immer besiegen wird. Nur eure Wille muss mir zugewandt sein, dann sind alle seine Versuche erfolglos, Denn ich lasse wahrlich nicht meine Kinder in seine Hände fallen, die nach mir verlangen. Ich rede dann voller Liebe zu euch, und gebe euch wieder, was er euch entreisen wollte, den Glauben, die Liebe, die Ruhe des Herzens, den Frieden aus mir. Amen. Amen. Amen.